Was sind In-Ehr-Uhrstöpsel? In-Ehr-Uhrstöpsel sind kleine Geräte, die zum Schutz des Trommelfells vor lauten Geräuschen und Fremdkörpern in den Gehörgang eingeführt werden. Grundlegende Uhrstöpsel sind elastisch und bestehen aus Memorieschaum. Sie werden vom Benutzer in eine Zylinderform gerollt, bevor sie in den Gehörgang eingeführt werden, wo sie sich passend ausdehnen. Diese Uhrstöpsel werden häufig von Maschinisten und Industriearbeitern verwendet, die über einen längeren Zeitraum lauten Geräuschen ausgesetzt sind. Sie können auch von Soldaten beim Schießen von Waffen verwendet werden. Das britische Verteidigungsministerium verwendet zu diesem Zweck häufig In-Ehr-Uhrstöpsel. Einige In-Ehr-Uhrstöpsel wurden speziell für Schwimmer und andere Wassersportler entwickelt. Diese bestehen in der Regel aus Silikon oder Wachs und sind speziell auf das Ohr des Patienten zugeschnitten. Taucher und Taucher können jedoch durch die Verwendung von Uhrstöpseln Schaden nehmen. Druck, der sich hinter dem Trommelfell aufbaut, kann nicht entweichen und führt zum Platzen des Trommelfells. Musikerohrstöpsel sind eine andere Art von In-Ehr-Uhrstöpseln. Diese werden von Musikern verwendet, die lauter Musik spielen, um Gehörschäden zu vermeiden. Mit einer winzigen Membran, die tiefe Frequenzen reduziert und hohe Frequenzen absorbiert, werden Geräusche gedämpft. Andere In-Ehr-Uhrstöpsel sind erhältlich, um Schmerzen durch den Druck in der Flugzeugkabine zu lindern. Diese Ohrstöpsel enthalten einen Einsatz aus porösem Keramikmaterial, um den Druck zwischen Innen- und Außenohr auszugleichen. Dieses Material verringert effektiv die Schmerzen, die bei der Landung und beim Start des Flugzeugs auftreten. Manchmal werden elektronische In-Ehr-Uhrstöpsel verwendet, um das mit Schüssen verbundene laute Geräusch zu reduzieren. Sie verstärken auch leisere Hintergrundgeräusche auf einem normalen Pegel. Diese Geräte sind viel teurer als die Einwegohrstöpsel, enthalten jedoch viele Funktionen, die die günstigeren Geräte nicht bieten. Schnarchenblastungsstöpsel wurden entwickelt, um externe Geräusche wie das Schnarchen eines Partners zu reduzieren. Sie können nicht alle Außengeräusche vollständig unterdrücken, können jedoch den Schall, der durch das Ohr strömt, erheblich reduzieren. Die meisten schnarchenden Ohrstöpsel können Schallpegel von bis zu 33 Dezibel blockieren. Ohrstöpsel unterliegen einem Bewertungssystem, das den Grad ihres Schallschutzes misst. Noise-Reduktion-Ratings geben Auskunft darüber, wie viel Dezibel ein bestimmter Ohrstöpsel filtern kann. Die Nennwerte liegen normalerweise im Bereich von 26 bis 33 Dezibel. In-Ehr-Uhrstöpsel sind im Allgemeinen sicher zu verwenden, mit ihnen sind jedoch einige Risiken verbunden. Wenn sie sie zu weit in den Gehörgang drücken, können Wachs und Schmutz gegen das Trommelfell gedrückt werden. Aus diesem Grund sollten sie niemals so weit in das Ohr gedrückt werden, dass sie nicht leicht entfernt oder gedreht werden können. Es besteht auch die Möglichkeit einer allergischen Reaktion des Trägers, dies ist jedoch selten. Eine längere Verwendung von Ohrstöpseln kann andere Risiken bergen. Bakterien können auf Schaumstopfen wachsen und Entzündungen des Ohrs oder eine Otitis externer verursachen. Sie können auch dazu führen, dass sich Ohrenschmalz ansammelt und das Außenohr verstopft. Dies kann zu höher Verlust, Infektionen und Schmerzen führen. Diese Probleme können in der Regel vermieden werden, indem ein Wehg-Uhrstöpsel nie wieder verwendet werden und nicht ein Wehg-Uhrstöpsel regelmäßig gereinigt werden.